Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descenten. Gestern hatten wir schon geschaut, wer der neue Händler wird und wir gehen hier aktuell von aus, dass Rainer hier ETA 0 wird. Wenn ihr das Video gestern noch nicht gesehen habt, dann checkt das auf jeden Fall einmal ab. Ich werde euch jetzt einfach mal hier oben markieren. Im Prinzip haben wir die These aufgestellt oder sind uns ziemlich sicher, dass Rainer hier sehr wahrscheinlich ETA 0 wird und der Händler, der am 10. Oktober auf uns zukommt mit dem Update, mit der neuen Waffe, mit dem neuen Charakter Ultimate Rainer, mit dem Boss und, 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 und. Wird auch ETA 0 kommen, ein Händler, der uns ab und an besucht und der wird genau hier platziert sein, neben dem Schiff und wird unsere Morphe ankaufen und verschiedenste Dinge verkaufen. Jetzt haben wir leider noch keine offiziellen Informationen von Nexon bekommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht mehr lange dauert, entweder diese Woche oder die rauffolgende Woche wird es da neue Informationen durch einen Death Talk, durch eine Death Note geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Aber wir können ja schon mal schauen, ey, wie sieht dieser Händler denn eigentlich in Warframe aus? Denn wir wissen alle, The First Descendants hat sich sehr doll inspirieren lassen von Warframe und das wird auch hier bei diesem Händler nicht anders sein. In Warframe heißt der Händler Void, Händler, Void Trader und dort kann man auch seine Morphe abgeben. Das hat natürlich in Warframe immer andere Begrifflichkeiten. Ich werde hier im The First Descendant Universum bleiben, um mich und euch nicht zu sehr zu verwirren. Und was man da machen kann, ist bei diesem Händler, das war ja sowieso schon klar, seine Materialien hier alle verkaufen. Das bedeutet, alle Baupläne, alle Stabilisatoren, alles mögliche, was ihr hier gerade seht, werden wir bei dem Händler verkaufen können und kriegen dafür eine bestimmte Währung. Und bevor ich jetzt zu weit vorweg greife, ein paar harte Facts zu diesem Händler, zumindest so wie es im Warframe ist. Erstens, dieser Händler ist nicht dauerhaft da. Also es ist nicht so, dass hier Rainer immer stehen wird, gehe ich mal stark von aus, wenn es so ist wie im Warframe, sondern uns nur alle paar Wochen besucht, zumindest wie es im Warframe ist. Dort, zumindest nach meiner Information, ich bin kein Warframe-Experte, wenn es nicht stimmt, gerne unten in den Kommentaren korrigieren an die ganzen Warframe-Profis da draußen. Meiner Information nach ist es so, dass der Void-Händler alle zwei Wochen in die Region kommt und man 48 Stunden Zeit hat, die Waren, die man hat, zu verkaufen und die Waren, die er anbietet, zu kaufen. 48 Stunden in Warframe von 15 Uhr Freitags bis 15 Uhr Sonntags. Das muss natürlich nicht hier bei uns genauso sein. Das Update am 10.10. wird ja am Donnerstag sein. Ich könnte mir also vorstellen, wenn sie damit ungefähr einhergehen wollen, dass es vielleicht von Donnerstag bis Sonntag läuft, Donnerstag bis Samstag, das wissen wir jetzt noch nicht. Kann auch sein, dass wir am Donnerstag noch überhaupt gar nicht am 10.10. Zugriff auf Ethanol haben, sondern der quasi erst eingeführt wird, hier reiner, und dann erst ein, zwei Tage später kommt. Aber nichtsdestotrotz gehe ich mal stark davon aus, dass der auch bei uns nur eine geringe Zeit da ist, ein bestimmtes Angebot hat, dem alles verkaufen könnt und bestimmte Dinge einkaufen könnt. Ich hatte schon ein paar Mal gelesen, dass man sich wünscht, dass man für die Dinge, die man ihm verkauft, Kaliber bekommen würde. Das wird, denke ich, nicht so sein, wäre aber tatsächlich ganz cool, weil man so dann Free-to-Play-Kaliber, ja, erfarmen könnte und sich dann die ganzen Sachen aus dem Shop mit, ja, Free-to-Play einfach kaufen könnte. Gerade für Skins, für Charakter, die kann man da sowieso freispielen, aber hier diesen Skin wird ja ein Free-to-Play-Spieler niemals erhalten. Deswegen wäre die Idee eigentlich ganz cool, dass man für die ganzen Morphe Kaliber bekommt. Aber wenn es so ist wie in Warframe, wird es eher eine Sonder, ja, eine Sonderwährung geben. In Warframe heißt das Ganze Dukate. Ich denke mal nicht, dass es in The First Scenten auch Dukaten heißt, das wird irgendeine andere Währung sein, egal wie sie heißen wird. Aber es wird schon so sein, dass man die verschiedenen Care-Materialien für verschiedene Mengen an dieser Währung verkaufen kann. Wir haben aktuell das Problem, sage ich mal, dass wir nur zwei unterschiedliche Seltenheitsgrade haben. Das ist einmal Ultimate und das einmal Selten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass entweder eine weitere Unterteilung mit dem 10.10. reinkommt, sodass eventuell einige seltene Baupläne vielleicht nur blau werden oder einzelne gelbe vielleicht rot werden. Wie genau, das, keine Ahnung, müssen wir uns überraschen lassen. Aber grundsätzlich ist Warframe so, dass es halt drei unterschiedliche Seltenheitsgrade gibt. Und jeder, jedes Teil, je nachdem wie selten es ist, unterschiedliche Währung gibt. Also würden wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein seltenes Teil so bleibt, wie es ist. Sagen wir mal, ein seltenes Teil gibt 10 von dieser Währung und ein Ultimate-Teil gibt zum Beispiel 20 von dieser Währung. Würde bedeuten, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, 10 seltene verkauft, kriegt ihr dafür 100 und wenn ihr 10 Ultimates verkauft, dann bekommt ihr 200. Dann hättet ihr insgesamt 300. Und in Warframe ist es so, dass man mit dieser Sonderwährung nichts anderes tun kann, als bei Ethan 0 einzukaufen. Und Ethan 0 hat eben nicht nur hier dieses Forschungsmaterial, sondern auch Skins, Materialien, um irgendwas herzustellen. Und, und, und. Warframe hat ja natürlich noch sehr viel mehr Items, als es aktuell in The First Ten gibt. Aber ich bin da sehr gespannt, was es alles für Auswahl geben wird. Wir haben ja aktuell eigentlich nur eine andere Quelle außer dem Shop, um verschiedene Skins zu bekommen. Und das ist hier der Kampfvorratsshop. Das ist eigentlich somit das Einzige, was ihr Free-to-Play euch freispielen könnt, um Skins zu bekommen. Egal, ob es jetzt hier so ein Emote ist, ob es irgendein Waffenskin ist oder tatsächlich ein Skin für einen Charakter. Das ist eigentlich das Einzige, was wir Free-to-Play haben, um etwas freizuspielen. Und da finde ich es eigentlich ganz cool, die Idee, dass man hier Ethan 0 hat, dem oder ihr verkauft man all seinen Schund, was man über die letzten Wochen und Monate zusammengesammelt hat. Und kann davon dann alle zwei Wochen oder je nachdem welches Intervall sie wählen werden, neue Dinge kaufen können. Vor allen Dingen auch Dinge, die in der Vergangenheit waren. Das hatte ich letztens schon mal im Stream gesagt. Aktuell gibt es keine Möglichkeit für Leute, die heute das Spiel runterladen, die Skins und auch die Waffe, die es im Battle Pass gab, zu erspielen. Weil die einfach nicht im Spiel vorrätig sind. Und das wäre natürlich eine sehr coole Gelegenheit hier mit Ethan 0 bzw. mit Rainer, den Shop so zu kreieren, dass der alle paar Wochen dann das Angebot von Season 1, von Vor-Season, irgendwann von Season 2 und so weiter und so fort anbietet. Aber auch ganz neue Sachen. Was ich zum Beispiel ganz komisch finde und ja, das wäre natürlich eine sehr, sehr coole Idee, ist, dass wir aktuell nur einen Waffen-Skin bzw. zwei Waffen-Skins für Ultimate Waffen haben. Und einer davon ist der Friedenstifter. Aber das Problem ist, hier diesen Skin kann man nirgendwo freispielen bzw. nirgendwo kaufen. Man weiß nicht, wo es diesen Skin gibt. Und das wäre natürlich eine sehr, sehr coole Idee, wenn es diesen Skin dann bei Ethan 0 zu kaufen gäbe. Nochmal eine kleine Liste, wie es bei Warframe ist. Bei Warframe kann man Mods dort kaufen. Waffen, Relikte, da weiß ich nicht, was das bedeutet. Skins, Siegel, weiß ich auch nicht, was das bedeutet. Dekoration, kosmetische Items, Booster, das wäre natürlich auch sehr cool. Aktuell ist es ja so, dass man Booster entweder freispielen kann durch Events oder durch Kaliber kaufen kann. Aber wie wäre es, wenn man, sagen wir mal, fünf Ultimate Baupläne verkaufen würde und dafür bekommt man einmal einen Dreitages-Boost für Gold oder whatever. Boost kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man das hier kaufen kann. Oder auch Kristallkatalysatoren oder auch Energieaktivatoren, die dann natürlich dementsprechend viel teurer sind. Und auch irgendwas mit der Quest, da weiß ich auch nicht, was das zu tun hat. Aber ihr seht schon, dieser Händler wird sehr wahrscheinlich auch essentiell sein später, um dort, ja, um dafür zu spielen. Ich weiß, dass aktuell viele Leute aufgehört haben zu spielen und sich danach sehnen, weiterspielen zu können. Und Leute, wenn ihr das Video seht und denkt, oh, Ethanol könnte interessant sein, dann rate ich euch, gebt alle eure Morphe noch bis zum 10.10. aus. Geht hier einfach mal rein in eure Amorphismaterial und schaut mal, welche Morphe ihr alle noch habt. Und gebt einfach mal alle aus, besiegt jeden Boss, besiegt jedes leeren Fragment, um so viele Kernmaterialien wie möglich zu haben. Ihr seht schon, ich habe hier Unmengen an Kernmaterialien, dass ihr die alle bei Ethanol sofort verkaufen könnt und dann sofort alles einkaufen könnt. Vor allen Dingen, wenn er nur wirklich zwei Tage da ist, dann könnte es natürlich sein, dass ihr vielleicht genau nur an einem Tag kurz Zeit habt. Und dann müsst ihr natürlich schnell auf Zack sein, vor allen Dingen, wenn sich das Portfolio, was er hat, immer wieder ändert. Wir wissen ja noch nicht, was er im Gepäck haben wird. Vielleicht hat er auch eine neue Waffe, vielleicht hat er neue Module, da gehe ich sehr stark von aus. Weil wir kriegen ja neue Ultimate Module und natürlich könnte man sagen, ey, vielleicht werden die einfach durch Kombinationen hergestellt und man kann die irgendwo finden, in irgendwelcher Quest. Aber was ist, wenn Ethanol diese neuen Module verkauft und diese neuen Module sehr, sehr krass sind und die haben wollt? Also schaut, dass ihr alle eure Morphe ausgebt, schaut, dass ihr vielleicht noch Morphe euch erfarmt, wenn ihr noch nicht so viele habt. Und wenn ihr jetzt gerade erst in das Spiel rein startet, dann sorgt dafür, dass ihr am 10.10. richtig, richtig viele Morphe am Start habt. Doppelte, die ihr hier verkaufen könnt. Das sind alle Infos, die wir so aus Warframe haben. Wenn ihr noch mehr Infos habt, dann sehr gerne unten in die Kommentare. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich ja auch sehr gerne dazu lerne und ich selber übertrieben gehypt bin. Weil ich glaube, dieser Ethanol wird mehr als einfach nur ein Händler, sondern mit Quests und Gegenständen und so schon einen relativ hohen Impact aufs Gameplay haben. Wenn ihr nichts zu The First Descent verpassen wollt und ich gehe stark davon aus, dass wir die nächsten Tage neue Informationen von Exxon bekommen werden, dann lasst gerne ein Follow auf dem Kanal da. Ich würde mich natürlich wie immer bei einem Like freuen, Leute. Einfach mal alle auf den Like-Button drücken, wäre sehr, sehr cool. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.